Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen jetzt Montagsmaler auf. Äh, genau. Glückwunsch. Wer macht den Raum auf? Äh, der, der, immer der, der fragt. Nein, der Insanity. Ja, Insanity macht du den Raum auf. Also, wen haben wir alles? Insanity, äh... Hallo, hallo. Ben Whitefox. Yay. Cobric HC. Juhu. Das sind genau die gleichen wie vorhin. Und, äh, Johnny John. Okay. Hey, Johnny John. Und ich bin's, Cheerleader. So, genau. Und den Cheerleader haben wir auch noch. So, Spaßi. Selbes Passwort. Spaßi. Ja, genau. Wo wird denn jetzt? So, dann, ich fang an. Mit I, E oder mit I? Ah, ich hab... Äh, ich komm nicht rein. So, funktioniert. Das gleiche, vorhin das gleiche Passwort. Achso. Ja. Achso. Die. Oh, 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 oh. Na, klasse. Wieso haben wir jetzt trotzdem Punkte? Ach, egal. Oh. Noob-Bonus. So. Ja, also ich bin so die typischen Noob-Bonus. Ah, ist egal. Wahrscheinlich, weil er sich das gemerkt hat, dass es der gleiche Raum war und so und dass er es nicht vernünftig gemacht hat. Ähm. Peter Pan. Nein. Wups, was mach ich denn da für ein Mist? Ja, ich... Robin. Hood. Dicker Bier-Säufer. So. Bier. So. Äh. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Gewehr. Welcher Künstler ist da überhaupt am Werk? Ja, das frage ich mich auch gerade. Schießen. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Oh, das wird zum Schießen. Haha. Das ist viel einfacher. So, und hier ist natürlich noch irgendwie... Hä? Peng? Hä? Wald? Und hier. So. Hier, jetzt ratet mal, ihr Spastis. Tier? Ja, was macht der Typ? Also, was ist das Ganze, was die... Was er da tut? Ja, zieh mich dicht dran. Sehr dicht dran, aber es ist ein Nomen. Yay. Ey. Nein. Komm mal. Ach, bin ich ein Held. So, gut. Ich bin dran. Wie soll ich das denn machen? Das weiß ich doch nicht. Muss mir erst mal sagen, was du malen willst. Dann kann ich's dir sagen. Äh. Ein leichtes Bild. Wie soll ich das machen? Ja, Mann. Sperma. Ey, was ist das für Scheiße? Ja, das bist du. Foxy, schreib mir, was du brauchst, und ich sag dir, wie du's malst. Ach, nee, passt schon, passt schon. So ein Typ. Ähm. Ah, so ein Typ, okay. Das ist so schwer. Was möchte uns der Künstler mit sagen? In Fragezeichen? Das ist so schwer. Wer seine gebrochene Hand hat, oder? Das soll eine 2 sein, ne? Ähm. Eine 2. Wie heißt denn das? Wie heißt denn das, verdammt nochmal? Wie heißt denn das? Was? Oh Mann, das ist voll schwer. Mit B? Äh. Ja, was muss er denn, wenn er am Start ist und zum Ende will? Hm. Nein, ach, Mann. Was? Beginnen? Verdammt, ey. Oh. Das war, das war eine halbe Sekunde, Mann. Arschloch, du. Ich hab dich auch, LePay. Ich weiß. Ich widme dir dieses Let's Play. Oh. Oh, Beginn. Wie soll ich das nur mitmalen, ähm, denn... Blau. Machen, ne? Sag es, was soll es bedeuten? Schwimmbad. Schalke. Abonniert. Ah, nein, 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 verdammt, verdammt. Nomen? Okay, wir sollen Gast 7182 abonnieren. Genau. Sucht ihn mal auf YouTube. Schnell in meine Tax rein schreiben. Scheiße. Was soll das werden? Äh, ein Unterwassermensch. Sterben. Achso. Was ist das denn für ein Wort? Yay. Ja, Applaus, jawohl. Oh, ich bin schon wieder dran. Der tolle Eagle. Das kann nix werden. Uh. Ähm. House, Eagle. Oh, Power. Ähm. Power Ranger. Pussy Ranger. So, und jetzt geht's nicht um das, was da steht, sondern was, äh, was das jetzt ist, nach dem, was am Anfang kommt, ähm, oder so. Genauso wie, genauso wie... Hä? Hä? Oh mein Gott, ich kann kein Chemie, verdammt nochmal. Was soll denn der Blödsinn? Es geht nur darum, äh, ja. Ich will ja nicht zu viel davor sagen, deswegen. Wie soll man sowas auch zeichnen sonst? Äh. Ich kann gerne mithelfen. Ihr müsst mir nur sagen, was für Wörter ihr habt, also so schreiben. Ja, ich, ja, danke, Vanessa, aber, ähm, ja, ähm, 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 ja, nein. Was, wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Kohlenwasserstoff, nooos. Ich weiß es nicht. Es geht nicht um Chemie, es geht auch nicht um Mathe. Es geht im Prinzip um das, was immer am Ende steht. So, hab sich genug gesagt. Das ist Abzahl. Ne, Buchstabe, unten steht auch kein Buchstabe. Ja, das ist schon viel dichter, Ben. Alter, das ist ja bitter. Mit R, Mann. Äh. Rechnung. Verdammt, auch nicht. Nein. Äh. Ähm. Aber, Ben, du warst schon dicht dran, es gibt noch ein anderes Wort dafür. Kenne ich das? Das ist ein altes Wort. Du erzählst mir zu viel. Zum. Mir doch egal, ich will ja Punkte haben. Hä? Es ist im Prinzip, es geht darum, was, äh, da am Ende daraus resultiert. Ähm, ein Resümee, eine Summe. Oh, Mann, ey. Ja. Woo. Baby. Ich hab Zesultat geschrieben, ich Idiot. Willst du mich? Oh, Mann, ich hab Zesultat geschrieben. Oh, ne, ne. Wer mal nicht, ne? Deine Mutter malt. Wer mal gerade, ach, sag ich mal. Deine Mutter malt. Oh, nein, Kubrick ist meine Mutter. Ja. Äh. Du, guckst, op-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Fucker. Ja. Ich kann nichts mehr schreiben. Da lag an meinem künstlerischen Talent. Möchte ich nur so erwähnen. Das war schon extrem geil gezeichnet. Ach, ich will ja mal damit mal, ne? Scheiße, das will ich malen. Ach du das. Kriegt ihr so weit mal mit der Zunge hin? Wir malten gerade. Maler Ben Whitefox. Insanity, willst du nicht malen? Oh. Der ist spaßig. Einfach mal irgendwelchen Mist eingegeben und dann damit noch Glück haben, ey. Ist aber schuld. Ja, ja, ja. So macht der dat. So. Das dürfen wir jetzt nicht erraten, sonst kriegt er noch mehr Punkte. Ähm. Was soll uns der Künstler damit sagen? Ah, nein. Kein Kasten. Verstanden. Wald. Ah, nicht. Ich kann nicht beschreiben. Was soll das bedeuten? Sag es. Ich verstehe es nicht. Ich bin total nicht verwirrt. Äh. Scheiße hat er auch schon. Ähm. Hm. Ach ja. Bums. Es geht nicht um das, was da steht. Es geht mehr um das, was es ist. Toll. Ein Viertel Baum. Ja, wenn du nicht sagst, äh, ein Viertel, sondern eins von vier oder das erste von vier. Viertel. Ja, was ist denn da? Da ist ein Baum. Ja. Da ist eine Blume daneben. Die blüht. Äh. 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 Blume. Blüht. Eins von vier. Oh, schon sind höchste. Erste von vier. Äh. Das erste von vier? Was laberst du? Das erste von vier sind eins. Glaube ich. Wieso komme ich da nicht drauf? Und dann vier, fünf und sechs sind was? Oder was? Drei, vier und fünf? Vom Jahr? Fakt. Komm schon, jetzt will ich da aber was sehen. Jaaaaaa. Dammit. Dammit. Frühschling. Oh mein Gott, das ist scheiße. Ja, und als ich draufkam, war es zu spät. So. Und als ich so langsam geschrieben habe, dachte ich mir noch, yo, ich kriege keiner mehr. Äh, ich werde gerade gefragt, ob jemand dazukommen kann. Ja. Uh, nein, auf keinen Fall. So 50 bitte. Bitte rein. Ja. Ähm. Okay. Fünf Euro Eintritt, oder? Für jeden. Okay. Okay. Also, ich helfe euch mal auf eine gewisse. Also, ich helfe euch mal auf eine gewisse.